Ich war heute sehr beeindruckt davon. Wir haben das heute zum vierten Mal gemacht. Ich muss sagen, die Fragen heute waren anders als ich es erwartet habe, teilweise sehr zum Nachdenken und das ist als Manager manchmal, man hat ja auf alles Antworten sofort. Ich musste mich dann schon konzentrieren und überlegen, wie ich eine Sache sage und wie ich teilweise auch eine Sache herleite. Er ist sehr offen gewesen, er hat viel Information preisgegeben, er hat sich sehr viel Zeit genommen und man hat sich sehr wohl gefühlt. Sich mit jungen Menschen zu unterhalten, die auf der einen Seite wirtschaftlich interessiert sind, auf der anderen Seite aber auch connected sind. Die haben einfach Einblicke, die haben Sichten auf das Leben, auf wirtschaftliche Belange, die ich vielleicht nicht so unmittelbar habe. Das ist einfach ein ganz großes Lernen für mich und ich hoffe natürlich auch, dass ich die ein oder andere Erfahrung mit den Schülern teilen kann. Vielleicht den ein oder anderen Ratschlag gibt für die nächsten beruflichen oder die ersten beruflichen Schritte, die anstehen. Also die Antworten des Herrn Friedrich habe ich eigentlich sehr offen, sehr kommunikativ gesehen und eben, dass er sich eben auch in moderne Themen, wie zum Beispiel das aktuelle Halbspiel Pokémon Go so ein bisschen fokussiert hat, dass wir auch darüber geredet haben, ebenso die moderne und ein bisschen auch das alte Bankiersgeschäft verbunden haben. Es gab heute einen tollen Kommentar, der mich wirklich jetzt schon zum Nachdenken anregt, wie denn junge Leute mit Social Media umgehen. Es gibt ja immer die große Sorge, die wir haben, wir als ältere Generation, man teilt alle Informationen. Das ist mitnichten so. Die sind sich schon sehr gut bewusst, welche Informationen sie teilen, aber das machen sie dann auch bewusst. Und das war für mich nochmal eine sehr, sehr gute Erfahrung. Klar, also die Sachen über Banking und Zinssystem lernen wir auch im Unterricht. Ich denke, der Herr Friedrich ist da sehr stark bewandert, da müssen wir uns jetzt nicht nochmal extra darauf fokussieren, sondern ich fand es sehr gut, dass wir Social Media vor allem auch in Bezug auf Banking besprechen konnten. Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, Chefin für einen Tag zu sein, weil mich das Thema sehr interessiert und ich später auch mal in die Richtung gehen möchte und das die perfekte Einleitung für ein Studienplatz wäre. Natürlich kann ich mir vorstellen, Chef für einen Tag bei der Consus Bank zu werden. Ich hoffe, ich kann dort einen guten Eindruck vermitteln und halt den Sieg auch holen. Der Juniorchef wird den rauen Berufsalltag kennenlernen, wie das ist, wenn man morgens bis abends hart arbeitet. Wir werden natürlich schon versuchen, mal ein paar Situationen darzustellen und auch in echten Meetings teilzuhaben und Entscheidungen zu treffen. Ich werde dann sagen zum Chef oder zur Chefin, Sie sind das, ich halte mich jetzt raus und trotzdem zu sehen, wie dann darauf reagiert wird. Und das hat in der Vergangenheit immer hervorragend funktioniert und zwar sehr, sehr spannend, die Art und Weise, wie mit bestimmten Fragestellungen umgegangen wird.